Nice App, damit du im Kino nie wieder verpasst, falls noch irgendwie ein kurzer, aber spannender Plottwist nach oder während dem Abspann kommt. Bevor du also in einen Film im Kino gehst, suchst du den hier in der App raus und siehst dann, ob du sitzen bleiben solltest, weil nach dem Film ja noch irgendwas kommt. Die App Stickaround ist deswegen einfach eine...